Tänel. Ja genau. Ah Gott. Wie hattest du von mir reinkommen? Ach, ich hab die Tür aufgelassen. Kein Wunder. Ah, ich mach gleich wieder. Jo, mal die Tür zu, bevor ich noch reinkomme. Komm mal. Komm, da in der Hause. Hört die Musik auf. Ah, knister, knister. Oh, Alter, wär's nicht um anfänglich zu zünden, ne? Hi. Ja, das ist ein Lieferservice. Der ist so ein bisschen aggressiv, muss auch fast. Der abholen. Ja. Ne. Ich glaube, ich benutze immer ein bisschen Redstone. Ähm, bisschen Obsidian. Ähm. Wir brauchen irgendwie mal anständige Kisten, wo wir irgendwas reingehen können. Ich kann ja hier ein bisschen was anbieten. Da, da, da. Das räum ist ein Redstone. Insgesamt... 14. 18. Hallo, die Kisten sind irgendwie... ...bemüllt. Haben wir irgendwo eine Lava-Qualien in der Nähe? Keine Ahnung, du kannst ja den Weg, den meinen Weg runterlatschen. Von mir. Ach, stimmt ja. Bei uns auch. Der ist ja direkt vor der Tür. Ich muss ganz kurz irgendwas vergewaltigen. Boah, ist grad... Aaaaah! 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 Lass meinen Freund in Ruhe! Du Krippel! Du Krippel! Du Krippel! Du Krippel! Boah! Alter, wie viel Fieder sind denn hier? Hab ich schon mal deine Insel aus? Nö! Bisschen battlen! Aber ich will nicht mal Level verlieren, das ist das. Weil die über XP gekompte. Ding, ding! Ja, oben, aber in unserem Haus ist ein Enderman. Ja, das glaubst du auch auf mich. Aua! Aua! Hör, ein Köpel! Bisschen hör. Dich? Bisschen! 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 Ich mach mal das denn so mal. Ääh, ich muss Ob alguma erstmal erstellen. Das mit einer Lavapalle. Dike Skyblock! Dike! Weißt du! Ach so! Ehe! Hä? 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 Komm her! Komm her! Beide Schwein. So. Oh, aggressiver. Hä? Löst es? Hä? Bam, bam! Face punch, face punch, punch! Ich muss unbedingt hier überall die Deckel drauf machen, dass ich keinen Besuch mehr kriegen. Das Problem ist, ich mache jetzt überall eine Fackel drauf, dabei muss ich ja sozusagen hier nochmal eine Fläche, das alles ja kürzen. Wollt ein bisschen Wasser. So. Oh! Hello Mr. Creeper! Explodiere! Hä? Im Wasser. Nee. So. Ey, sind da wenig Monster in der Wüste. Äh, lass mal ein Radio! Ha! Der ist mit seinem Fleisch in der Hand gestorben. Oh, das Redstone? Ah, ich wollte mir doch eine Schaufel machen, stimmt. Wobei, ich muss ja nicht rüber laufen. Oh, jetzt brauche ich eine Lavaquelle. Wo ist hier denn der Aufgang? Ja. Ich muss, ich hab kein anständiges Material hier genommen. Ach komm, ich geh halt mal rüber. Also, wie hoch. Die Craftingbox. Ich bin jetzt schon wieder auf hier. Also, die Deckel nur ein hoch ist. Da kommt gar nicht mehr so hoch. Da kommt genau so schnell wie hinterher. So, ich brülle mal einfach mal alles ein höher hier. Also, die Endemands klauen uns alles vor der Tür weg. Zwei Stück sind draußen. Drei oder so was, ey. Äh, da. Machen wir mal zwei Schaufeln. Ah, hier ist der Wackmann zum Weg. Achso, die musste abbauen. Die hab ich mir da hingepflanzt. Ich hab mich jetzt da rumgebuddelt. Wo ist eine Lava? Da vorne erst. Irgendwo wird da Lava sein, sicherlich. Ich hab keinen Plan. Ah, hier ist Lava. Auf nach Hause. Wollt mich schon wieder eine Spinne? Nein. Hat der gerade den Block? Ey, da sind vier Endemands in unserem Haus rum. Oben drauf? Nö. Hinten Garten, wenn du da hinten raus gehst. Fast alle haben die Fresse auf. Das ist irgendwie halt, was possible. Dementsprechend weiss ich ja was los ist. Dementsprechend weiss ich ja was los. Ist vielleicht schon bald wieder da. Aufsache. Geht schnell vorbei. Ahoh. hier schritte ohne und das gräufe macht ja überwächtig die wäsche heute hier ist ein stück die einen haben schon reingeschubst beiden haben sich reingeschubst heute noch nicht so ich hab jetzt mal alle drei creeper in so ein graben reingeschubst hallo ist der creeper auch hier ist einer nur noch gegangen ok jetzt muss irgendwie das loch immer größer und größer daher willst du mal sehen wie ich ob sie sich anherstelle jetzt gerade nicht für skyblock auch wichtig und wichtig oh ja zwei creeper einmal also ne zwei zombies die angry sind angry zombies einmal ein Dorfbewohner angry zombie und normale angry zombie nicht oh oh ich gehe einfach zu bekannten jetzt weiß ich das egal okay korreker 700 Meter Wurke Bokob ich geh einfach bis hin zu in die Wüste rum nein, ich will mir in Ruhe Dirk Irgendwo ne Lavequell ist sie, hab'kontest da was nochmal runter zu rennen Bisschen Lavaquell gerade kaputt gegangen, aber Ja Hab's direkt aus Wasser gesetzt Oh, man Resultat, einig auf die Arme die und der dorf oder er die erd-dorf-bewohner-dörfchen und der dorf-wettnis der schmied bitte an die spiel okay das ist ein bisschen verkrüppelt er wird gewundert für dich die auch gewundert auch hier war jemand über die Wunschel die Bienenkörbe geklaut in die Wartenschwolle wahrscheinlich ich nicht ich hab ich hab nicht mal so ein Maschinchen gebaut habe ich bin Bienenkörbe abgeholt so ein fetter Hammer da ich weiß es ist eigentlich schon bei mir lass mich in Ruhe feines Zombie brenn mal vor dich hin ich hab irgendwo Dreck hier an neuen Dreck wow der Rest ist ja super mit ein bisschen Fantasie sehen die Wege aus auf der Mini mehr wie ein Hakenkreuz aber ehrlich was ist das das war so ich habe gut und also ganz normale Gubbäume da da zu tun auch komm schon muss doch irgendwo in Lava Krülle sein das Spiel ja nee 3 3 also die Scheitplatte der dritten ist er ist auch nur Radio Prozent wenn man andere mal kann man andere Mutter sein so leidlich dafür gibt es die Jukeboxen ja, so ein Rallye ist nicht immer geil es gibt auch ein ein Stahl eine Stahl Jukebox da kannst du auswählen kannst du Play und Stop und Aufnahme machen da gibt es die Auto Jukebox heißt sieht voll nice aus man kriegt sogar Erfahrung wenn man die Steine von dem Santa abbaut, ja dieser komischen Ball Peter Ball Peter oh, kommt bald auch die XP hier vorne oh, ach Alter, warum liegt bei dem Enchantment Table weil ja, es zeigt mir eine Lavakülle ich bin Level 40 Alter, ich bin 35 Tendenz steigend da ist irgendwie nicht so eine okay, es gibt schon einige Möglichkeiten aber dass man irgendwie die Möglichkeit hat irgendwie Level zu speichern ich kenne nur eine aber der sammelt nur XP direkt auf und nicht Level abziehen oh ich höre Lava aber das ist unter Wasser scheiße ich brauche mehr Trick als nur 14 oh, da haben wir gefunden pack fest nein okay, aus der Lava ist auf die Dank geworden ja, hallo, aufs der Brom ja, übt halt, ne ja, aber ich denke, du wolltest dann endlich hier auf die Dankwelle oder so'n Scheiß ach so, ja, das kann ich auch machen, Warte ja, ich glaube, es gibt ja keine ich finde, es gibt ja gar keine Diamant-Spitzhacker also gibt es ja noch gar keine Diamant-Spitzhacker also ja, bei 32 Diamanten können wir uns keine Spitzhacker leisten ja, über 32 Diamanten können wir uns keine Spitzhacker leisten naaa gerade das ganze ist ja zu dix geworden ad hat das noch was noch mal ist die super und die welt ganz ehrlich das würde viel zeit ersparen und das wäre nicht so langweilig er war doch oder war er trägt ob sogar in den letzten viele bis auf dem Weg ist es nur teurer geworden kann man nachgucken also schon bei der Superfoul der Porto die da okay ist trotzdem noch leicht hohe das sind Füße das ist eine Hand oder was ja wie sieht man das jetzt schiff ne ne einklicken 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 was auch immer wiring sag bitte wiring sei nicht gleich gespacken einklicken man kann ihn auf zwei unterschiedliche Arte kräften ok ok ich glaube das machst du lieber einklicken wieso nur so ob es der Antwerp so wie er stellt und da war fließen und fertig was heißt man wie er lange dauern bis jetzt ab jetzt gibt es schneller glaube ich aber trotzdem wieder lang ist scherz abzubauen